Heute ist der 19.12.2014 und ich habe anlässlich des letzten Tages des Kreis Süder Schwimmbads mich entschlossen, noch einen kurzen Film über dieses Schwimmbad zu drehen. Wir haben oder viele von uns diverse Erfahrungen mit dem Schwimmbad, sind in der Schulzeit und in unserer Freizeit dort schwimmen gewesen und heute soll dieses Bad ja geschlossen werden, ist der letzte Tag und da habe ich mir gedacht, ich drehe einen Film über unser Schwimmbad. Vielen Dank. 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 Siebenundneunzig Kerzen brennend. Ja. 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 Ja.